Willkommen zurück liebe Leute bei GTA 4, ne GTA 5 ist es mit mir, dem Mr. Sick. Vielen lieben Dank beim Einschalten, zum Einschalten, beim Einschalten, dass ihr wo eingeschaltet habt, so. Ach, ich hab manchmal Wortfindungsschwierigkeiten. Wir spielen heute mal den Michael. Und Michael hat zum Glück keine drei Fragezeichen auf dem Kopf, sondern wir beginnen mit einer Story Mission. Mal sehen, was Michael erwartet in seiner so bravriösen Familie mit seinem wohl geilsten Sohn und geilsten Tochter und Mutti, die auch alle boomst. Was ist falsch mit dir? Smokin' in meinem Haus. Du weißt, seit dieser psychotische Palin von dir geöffnet wurde, hat er sich in einen größeren Arsch. Danke. Deine Unterstützung in meine schwierigen Zeiten betrifft mir das Welt zu mir. Ich unterstütze dich. Ich lasse alles hier mit dir, und trotzdem, dieser verrückte Bastard geöffnet wird. Ich werde es. Wie? Ich weiß nicht. Oh, you know what? Just keep him away from me and the children, you low-life, whoremongering asswipe. Did someone say yoga? No, I think she said, whoremongering asswipe. Danke, darling. Namaste, Amanda. Are we ready to practice? Yes. Oh, yes, she's very centered. A regular oasis of peace and tranquility in this one. A girl with anger issues and worse friends. No wonder I'm so upset. You too, please. Namaste. We practice. Miguel, join us, please. No, please. No. 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 Yoga is for sharing. Come, come. Miguel, come. Awesome. Oh, yes, yo. We think it's a yoga mic. If I could be a mellow as my wife, it would be a job well fucking done. We are all on our own journeys, Miguel. Yeah, no doubts. Why is she driving a tank on hers? Oh, yes. One, two, three, four, five. Mouse and anus are perfectly in line. Show him a man. One, two, three. It is perfect. Now, Miguel. Tsk. Okay, let's go through the blotten nose and out through those wrinkled lips. Ah, bullshit. Okay, sonnig. Was muss ich machen? Okay. Lach mal. Mach mir den Berg. Alles klar. Grundlagen. Okay, oder bewegen mit WSD immer. Drücke, um die Maus zu verlinkst, um zu steigen. Nein, bin ich ja nicht. Also bin ich schon, aber. Okay. Drücke und halte. Okay. Okay. Out through those wrinkled lips. Isn't that far better than booze and nicotine? Okay. What the fuck? Out the mouth. Okay, Doc? Okay. Out through the mouth. Der kackt sich doch gleich ein. Was? Was ist das? In and out with the breath, Miguel. Das ist besser als unsere Schlampe hier, als unsere Frau. This is gonna have to do. Now we will do something more complicated. Was? Sometimes when I do this pose, I weep uncontrollably for hours. Ich will nicht stundenlang, heimungslos heulen. What the shit. Oh, wow. Du fühlst das? Die Emotionen inside. Let's go. Michael, join us. Das ist doch nicht der in der Herz, leider. Ich fühle mich, als ich in der Hand kennele. Okay. Jetzt. Du wirst wirst. Wirst wirst du weg, bitte. Er hat eine große Kraft für jemanden, die da total roten ist. Wirst wirst, Miguel. Okay. Let's go. Wirst du in der Hand kennele, wie flexibel du bist. Arm, Mutter und Aldo sind perfekt ausgerichtet. You can breathe, can't you? Out through the mouth. Erect. Turd it. Hold it. Stroke it. Na, kriegen wir's hin? Ich hab grad geforscht. Willst du mich verarschen? Er ist vielleicht zu alt für dich. Hahaha. Na, warum hab ich das jetzt mal gemacht? Warum hab ich dir mal bewegt? Da hab ich geklappt. Wir warten für dich. Oh nein. Oh Mann, ey. Das ist doch nicht der in fucking Ernest, Alter. Jetzt. Ich dachte, ich hab das was benutzt. Das ist für mich die Maus, ey. Oh shit, okay. Ausatmen. Hab ich gemacht. Wirst du gehen? Wirst du gehen, Miguel. Ich atme. Sehr gut. Lass es gehen. Tief. Tief. Okay. Wirst du wieder pupsst. Wirst du wieder pupsst, kannst du? Wirst du wieder pupsst, dann wirklich aus. Wirst du wieder pupsst. Hör es zu tief. Bitte furz nicht. Der schlusser Mann forgett, zu spüren. Okay, er hat dich gefurzt. Wirst du wieder pupsst, dann wirklich aus. Wie viele Jahre der Verkaufnahme, und das ist die erste Mal, dass er mich in meine Hobbys hat. Und dein Leben ist alles gut. Erinnern Sie, Sheldon, keine Angst, wir sind das Unbekannte, wir sind das Unbekannte, zeigen uns das Unbekannte. Ich glaube nicht, dass Michael so gut ist. Er kann dich überraschen? Plank? Plank? Chaturanga! Chatur! Ja! Schön! Alles in mir fließt. Okay... Mike... Würdest du... Oh shit... Ich dürfte nie und never im Leben in dem Yoga-Kuss teilnehmen. Es ist sehr weich, Michael. Ich rieche in die Luft und es riechst. Lass es raus, du riecht riecht. Jetzt, wenn du einfach Trevor auf dem Yoga-Matte bekommst. Spass! Spass ist почти die wichtigste Sache, oder? Ja! Spass! Ich rufe deine Läden? Sie funktionieren, oder? Ja. Irgendwitzend, Baby! Wir kommen vielleicht zuerst den ersten Yoga-induteten Herzattacken. Spass bitte, Michael. Oh, 1-0-1-0-1-0-1 Deine Lungen, sie funktionieren, ja? Dein innerer Eindruck. Du hast heute einen langen Weg gekommen, Mikael. Ja, später wirst du wie ein Baby schreit. Ja, richtig. Seine Chakras sind komplett blockiert. Schau mich an ihn. So ist es, Dornwald-Dog. Ich bin glücklich, dass wir mit deiner Impotenzierung helfen, Mikael. Was hast du gesagt? Deine sexuelle Energien wurden zu lange blockiert. Zurück in meinen Pelgissen. Zurück, zurück. Ja, da... Okay. Oh! 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 Was? Enough of that! Yoga ist die Antwort, Mikael. Aber was ist die Frage? Äh, warum bin ich so ein Moron? Wir sind weg und wir kommen nie zurück. Gut! Du bist allein, du pflegter Psychopath! Ich hab doch gewusst, dass er dich bummst. Und das... ...Bony... ...French... ...Fucking Yogi! Jimmy! Gah! Oh mann, okay, was wir machen? Geh ins... Jimmys Zimmer. Was sollen wir jetzt für Jimmy machen? Jimmy! Er ist noch hier? James! Oh, ja, ja, ja! Pusty! Oh, ja! Fuck you! You know what? If there was a rape button, I'd be using you right now. Unless... ...you're a faggot and you like that sort of shit. Nice TV. Did I pay for that? Yeah, you smashed the other one, didn't you? Alright, come on. I wanna go for a ride. I gotta meet a friend. Alright, so I'll go meet him with you. Come on, I wanna get out of the house. I'm not going alone. Come on! This is fucking bullshit! Bullshit! I'm not going alone, I'm not going alone. Bullshit! They're not my buddies! They're the only people you speak to! So where is your friend? ...where we impotent are. Okay, Burger Shot. Kommen wir zu Burger Shot. Oh man, oh man. Yeah, nice to see the kids are still hanging out... What the fuck? Nice to see the kids are still hanging out at the burger joints. Me and the guys? We'd go down to the diner after class every day. I'm getting milkshakes. Fried. Ew, please. You know, you're really creeping me out. I'm trying to relate to you. No. You're trying to take me on some nostalgia trip. You're such a cliche. Oh, says the... Hey! You says the dumb smoking man playing with the home world was in a living millennial. I knew it! I knew it! I knew it! The mask was gonna slip! The monster's been exposed! The hell are you talking about? The real you. That bitter, vindictive old man. You pretend you're being a father, but you hate me, don't you? I don't hate you, Jim. How many times... I love you. Look, I'm sorry if I don't express that correctly. But... Why do you think we're here together? Because you're scared shitless of being... Because you're scared shitless of being alone? Oh, now you're an armchair psychologist. Just like the rest of this city. You really have to meet my friend? Yeah. I really do. There he is. The friendly neighborhood drug dealer. Yo! What's up? What's up, man? Good to see you. What are you turning tricks to pay for this shit, huh? Hey, who's the old man? That's my dad. Oh! Alright! Mr. DeSanto! Hey, you're the kid selling Jimmy Pot by the pound? Hmm... 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 Come on, do this shit and let's get going. Oh, yeah. You got that other thing? Oh, yeah, 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 yeah. Come on, what the fuck? Jimmy! Just hold on a second! Oh, alright, alright, later on. Okay, but we're dead. Hey, let's bounce. Bounce. We're bouncing now. Is that what we're doing? Jesus fucking Christ. Okay, boy. Alright, then. Now what? Can we just get back to the house, please? So, uh... Want a drink? I'm driving. Because normally you're such a between the white lines friend to the pedestrian kind of guy. Fine. Give it here. Oh, no. Uh-oh. Okay, your turn. Maybe when we get home. Ah, who's the square now? Oh, fuck. Oh, fuck. I'm starting to feel a little losey. You're fine. No. Really? This... Oh, fuck. Oh, fuck. Just paranoid. This is that paranoia. This is totally just the fighting sun. You should see yourself. Stop moaning and drive back. Look out! Okay. Alter, was hat er uns da gegeben? I gotta stop. Oh, what was in there? It's normal. But you've been using it for decades. You anesthetize me? Your fucking shit. I'm protecting you. From yourself. Also, I took money from your bank account and I'm moving out. Okay? You're crazy, Dad. Come on. Jimmy! Oh! Alter, was haben wir denn eigentlich für eine kaputte Familie? Bitte schön. Alter, hast du die Familie, brauchst du keine Feinde mehr. Oh, jetzt werden wir noch weggezogen. Na, GG. Oh, fuck, Mann, ey. Ein Affe. Mehrere Affen. Ich dachte schon, wir sind in einem Zoo. What the shit? Ein UFO. Willst du mich jetzt eigentlich völlig verarschen, oder was? Was? What the shit, Alter. Die sollte man dringend zum Zahnarzt. Wir haben da so unterstehende Kiefer. What? Alter. Oh, wir können fliegen. Alter, was geht hier? Bitteschön ab. Willst du mich eigentlich rollen, oder was? What do you want, Michael? Oh, Mann, oh, okay. I've always thought I was the good guy. Okay. Ich hoffe, dass sie jetzt keine G auch палete. Alter, was? 東- Also halbnackt. Wir haben ja noch ne Hose an. Alter, was geht da grad ab? Oh ne. Okay, ist er noch halbwegs zugedröhnt. Deswegen sollten wir nicht zu Fuß laufen und nehmen uns diese Fahrrad da. Weil, das ist sicherer. Ne? Oh, jetzt hören die Drogen auf. Okay, ne sag ich ja, wenn wir Fahrrad fahren, dann hört das auch alles auf. Okay, soweit ist ja der Weg zum Glück nicht. Ah. Okay, das war Bremsen. Kannst du jetzt irgendwie schneller fahren oder sowas? Kriegst du das hin? Nicht so richtig, ne? Ich dachte eigentlich die ganze Zeit, dass wenn man dann den Button ein bisschen smasht, dass der dadurch halt... Achso, warte noch. Moment. Dass wir dadurch halt ein bisschen schneller fahren, aber irgendwie tun wir das nicht. Aber wir sind zu Hause angekommen und jetzt haben wir hoffentlich unserem Sohn ein paar vor die Fresse. Aber machen wir ja wahrscheinlich nicht, weil wir lieben ja unseren Sohn. Der ist ja so brav und so artig und so. Der bescheißt uns ja auch nicht und macht ja auch nichts. Das klaut ja nicht uns das Geld und das Auto und... Was Gott, das ist ein Scheiß. Macht er ja nicht. Hallo! Da ist Jimmy oben. Oh, ne, da muss man wieder hin. Hey! Ich bin nach Hause! Ich bin zurück! Michael, ich denke, du hast endlich deine Meinung verloren. Deine recenten Behaviour und die Firma, die du behältst, hat mich bereits sehr beschäftigt. Jetzt hast du zu attacken, mein Fabian, der war ein close Freund, und dann Jimmy sagte, du hast du drugs gemacht, während du ihn in dein Auto gehst. Wir haben entschieden, um ein paar Jahre zu gehen. Du hast mir geändert, und du hast nicht geändert. Ich weiß, du sagst, dass ich immer in einem Film bin. Aber das ist nicht das. Ich denke, ich werde mit einem Verlager sprechen. Ich bin einfach wirklich confused. Bitte, versuche nicht, uns zu kontaktieren, und versuche nicht, dass du dich getötet hast. Amanda. Was ist das eigentlich für eine Scheiß-Familie, hey? Ich kann es doch wieder betonen. Oder erwähnen. Bestanden. Yoga beruhigt. Das haben wir definitiv gesehen, wie beruhigend es war. Sad face. Ach, jetzt können wir, jetzt können wir wieder Yoga machen. Oh, nee. Ich werde definitiv kein Yoga machen. Nicht so schnell. Weil davon haben wir noch ein Fragezeichen, aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Vielen lieben Dank fürs Einschalten und fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid morgen wieder mit dabei. Wenn es wieder heißt, geht ihr auf 5 mit mir, dem Mr. Sick. Bis dahin. Tschüss.